Ein Herr ruft an im AKH und sagt, Entschuldigung, ich lese da so viel von Transplantationen. Machen Sie auch eine Gehirntransplantation? Er sagt, ja, eigentlich schon, aber warum? Er sagt, ich habe so gescheite Kollegen und die machen alle Seminare und die machen alle irgendwelche Prüfungen. Die sind sowas für gescheit und die möchten auch gescheiter werden. Also ich bräuchte ein Gehirn. Können Sie mal eins transplantieren? Er sagt, einfach geht das nicht. Sie kommen zu uns und dann machen wir eine genaue Untersuchung und so weiter. Gut, der kommt vorn hin. Es gibt ein genaues Blutbild, die schicken den durch den Scanner und so weiter. Und ein Jahr später meldet sich das AKH. Grüß Gott, bin ich da richtig verbunden mit Herrn Huber? Ja, da sind Sie richtig verbunden, sagt er. Herr Huber, Sie waren bei uns und Sie wollten ein Gehirn. Ja, ja. Sagt er, ja, jetzt hätten wir das passende Lager, jetzt können Sie kommen, dann können wir es transplantieren. Sagt er, nein, jetzt brauche ich es nimmer. Sagt er, warum nicht? Sagt er, jetzt bin ich Bürgermeister.